Und jetzt kommen wir zu dem Video, was mich wahrscheinlich am meisten sauer machen wird Oder wenn ich über das Thumbnail gehe, nochmal zum Verständnis, Lolo, falls du im Chat bist Ich denke mir nichts Böses, ich sehe das Ich gehe drüber und sehe da, weißt du was ich meine? Und da ist es irgendwo passiert Oh, will ich es wirklich sehen? Ich weiß es nicht, man Fällt runter, zu berechtigbar Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video Oha, der Song Oh, der hat sich gefankt, der hat Flashpoint war auch gut, habt ihr recht, ja Lukas, äh, Maurer Oh, Bordspieler, Franzose, Infanteiliger Kim Bepe Ich habe anscheinend 87er Amar Einfach Amar gezogen, dicker 87er Oh, aber 11 Tempo Nicht böse gemeint ist für Amar noch schon noch gut Also ist gut gemeint von den Jungs von Hugo und Loru Digga, lass uns doch rein, du Oh, hallo Hey Hey Digga Ich mach sowas nicht, aber Oh, shit Das können Sie sich erstmal Chat, Mann Next Level Die, äh, tatsächlich jemand in seinen Koffer steckt Zu mitnehmen Wer hat das? Vicky Sag mal eine Powerfrau Boah, ich kenne Vicky, aber 18 Jahre Powerfrau Nein, 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 nein Nein, nein, nein Digga, der Clip ist auch eigentlich legendär, Mann Ich glaube, der hat auch irgendwie 4000 Aufrufe oder so Wie Amar einfach auf Mykonos eine Ikone Gefühlt hat jeder Streamer eine Ikone Ja, gut, da ist auch viel Geld drin, aber Bruder, er öffnet auf Mykonos Und er zieht eine Ikone War schon ein geiler Moment Oh mein Gott Ich hab 4K ist ja nix Ja, Henry in Zeiten von dieses, äh, Videos Leider in deinem Land nicht verfügbar Das sind 4K, finde ich nicht, äh, wenig Die Ikone Ja Saschas schelliger Abend mit den Jungs Inchallah Düh Nein Strong Euer Streamer Aber das ist auch Skylands durch den Runden Wie cuttet ihr Idiot? Tja lach Düh Kev hat's ins Video geschafft Eins Zwei Ich hab drei gemacht Aber das ist auch die Skylands durch den Runden Du kannst auf Strong drei Leute holen Clip Nicht ansatzweise wurde diese Film Und wär mir das Red Bull nicht umgekippt Wäre es auch nicht ansatzweise geklippt worden Nur wegen dem scheiß Red Bull wurde das geklippt Boyz So voi Ich hab grad komplett Red Bulle much more in meine Hose Ach Mann Diese Hose fink nur pech Diese Hose fink nur pech, Mann Ey, Mann, ey Mann ey, Mann, ey Mann Das ganze Red Bull Hallo, Hallo, Hallo 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 Warten sie mal Ihr Fahrzeug ist gleich gestohlen Gemeldet Yo, aber 30 Dollar Shoot unto euch jetzt noch was, okay? Wisst ihr, wie Juri Gohugu seine Videos schneidet? Der schneidet seine Videos am iPad. Am iPad. Der schneidet die Videos am iPad. Wenn der einen Clip braucht, macht er eine Bildschirmaufnahme. Er schneidet diese Videos am iPad und da werde ich sauer. Da werde ich sauer. Ich gönne es ihm von Herzen, aber da wird mir erst wieder bewusst, Digga, trotz all diesen Jahren YouTube kann ich noch so viel mehr lernen, wenn ich mich einfach zusammenreiße und weiterhin die Basics mache. Ich habe hier Rechner, zwei Bildschirme, Tastatur, Maus, Mauspad. Gefühlt für diese Serie brauchst du schon fast eigene Hey, 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 hey. Was ist das? Warum saß ich oben ohne mal am PC? Ich habe, das sind Dinge, wo ich merke, ich bin zu lange da. Ich habe, ich habe Gehirnschwund. Warum weiß das jemand? Warum saß ich oben ohne am Rechner? Warum ist sowas im Internet? Ich weiß es nicht mehr. Das war die Achswerbung. Oh mein Gott, das kann so gut sein. Och Mann, sobald Geld im Spiel ist. Ey, Mann, ey, Mann, ey, Mann. Er hat ein fucking iPad. Nein, Sascha, jetzt nicht mehr. Bin ja jetzt kein Geringverdiener mehr. Ja, Mann, er hat einen Rechner. Ipad. Ipad. Er hat wirklich, das ist ein sicker Desktop. Aber auch, muss ich sagen, Hugo Amateur. Er kenne ich nur an den 1, 2, 3, 4 an den 6 Programmen, die auf dem Desktop sind. Nur Amateure haben den aufgeräumten Desktop. Wir haben ja schon meinen Desktop gesehen. So sieht eigentlich der Desktop von jemandem aus, der schneidet. Also, Hugo Amateur. Aber es sieht cool aus. Warte, warte, du warst letztens beim Mykonos Urlaub, oberkörperfrei im Internet. Gliener 1 ist ja im Urlaub, weißt du, mit Wasser verbunden. Da saß ich an, in der fucking zentrale oberkörperfrei und da frage ich mich schon, okay, was ist hier passiert? Da habe ich mal auszusehen einen Stream angemacht und so, ne? Ipad. Ipad. Ja, Mann, dicker, harter Film. Ihm wurde einfach die Monetarisierung weggenommen, Alter. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass Kluge dran ist und dass er die Monetarisierung wieder bekommt. Ich weiß nicht, warum es ihm weggenommen wurde. Kluge hat geklärt, er hat wieder Werbung. Wichtig, Hugo, weitermachen. Ich habe doch F gedrückt. Ich habe G gedrückt, statt F. Dicker, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe den Knopf vertrauscht zwischen G und F. Mit den 10-Gegang-Schnitten Stabs, Dicker. Holy shit, Mann. Ja, Mann, muss los. Let's go. Dicker, wir hören damit. Oh, Mann. Wirklich, als wäre es ein schlechtes. Ganz kurzen, ganz kurzen. Was? Hey, Nico, Nico. Ich bin schüchtern. Ey, aber mach was für, komm her. Dich will ich ja nicht. Ja, das will ich immer noch filmen, Dicker. Das ist so Film. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gönne ich, gönne ich, gönne ich, gönne ich. Ah, weiß ich aber trotzdem nicht. Ich bin hier, der am wenigsten süchtig ist. Ich gehe sachlich an die Sache ran. Ich bin hier, der am wenigsten süchtig ist. Sechs rote Flammen und Feuerwerkes-Walkout. Okay. Das ist das. Oder? Ist das ein Walkout? Ja, natürlich. Oh, sechs Flammen, sechs Flammen. Am geilsten ist einfach, wie Max aber immer dann ein Video hochlädt. Jo, Leute, das, was ich mache, ist nur ein Experiment. Das ist absolut dumm. Investiert keinen Cent da rein. Und dann so Minute vier im Video. Max rastet komplett aus Ikone gezogen. Voll am Schreien. Beste Feeling ever. Ist noch jemand da? Ich bin hier, der am wenigsten süchtig ist. So, jetzt aber Frankreich, RM. Nee. Wenn du deinen Ronaldo zeigst? Oh, boah. Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Ich habe leider so einen Eindruck gezogen. Das war's. Ja, wie gesagt. Digger, stell dir vor, du, der Klinger weckel, du. Let's go. Perfec. Operator Schlimmste war für alle. Lass dich spielen, Bro. Es ist insane, Mann. Spike planted. Flash! 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 Vorsicht, 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 Mr. Dieb, Rüdiger. Ich weiß, ich habe auch einen ganzen Zoo dabei, äh, dabei hat Sky, Mann. Ey, ich wollte schon krass, gerade schon fast beleidigen, aber dann wäre auch schon wieder dieses Video ist nicht verfügbar in deinem Land und ich will mich echt zusammenreißen. Sky hat einen ganzen Zoo dabei. Die hat einen scheiß Wolf. Die hat zwei Vögel und ich glaube, die Vögel kommen auch wieder nach einer Zeit, ne? Ich glaube, die laden sich ja so mäßig auf. Dann hat die noch undefinierbare drei Wesen als Ulti, die dir übel auf den Piss gehen, Mann. Und sie kann noch heilen, Alter. So tief, habe ich gesagt. So tief, bitte. Bitte. Oh, was geht hier ab? Boah, eine Drohne. Das kannst du gar nicht erzählen. Boah, krank. Boah, wie Spieler sind das bitte? Ich erzähle euch einen Witz. Es waren zwei Fischer, die waren nämlich zusammen auf einem Boot und dieser eine, 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 eine Fischer ist dann von dem anderen Fischer ins Wasser gesprungen. Der andere Fischer so, hey, was machst du denn da? Und der Fischer, der im Wasser war, frag mal ganz kurz, was er da gemacht hat. Was hat der Fischer da gemacht? Der hat nach dem Meeresvideo geschaut. Ey, mach mal. Du bleibst halt auch zu Hause. Ey, ich glaube, schaffen wir das zurück? Schaffen wir das zurück? Ich glaube nicht. Sascha im 15.000 Euro E-Bix-Turnier. Nein, Dicker, das ist zu viel. Das ist zu, ey, jetzt mal no joke und, ey, ey, jetzt mal ohne Witz, so, also, ey, das ist echt zu viel. Das geht mir, ihr könnt euch nicht vorstellen, nee, das ist so ein bisschen, das ist nämlich, das ist ja auch so was Persönliches, weil ich bin offline gegangen und ich lag so 15, 20 Minuten auf dem Sofa, hab ich auch noch so eine Story gemacht, weil ich einfach, ich hab keine Lust mehr, in Online-Turnieren ständig Letzter zu werden. Und das ist wirklich, das kratzt sehr, also, ich hab nichts getroffen. Alle vor mir, alle neu. Einer noch Craig hinter. Er sagt, einer Craig, guck mal, einer Craig. Ich hab ja auch die Angst, ich hab ja auch die Angst. Hey, was? 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 Du hast den Letzter. Ich versteh's nicht. Bin, ich hab in meinem Leben, verliere ich, immer bei solchen Turnieren. Der Sound, guck mal, der Stuhl fliegt, Chad, der Stuhl macht einen Meter einen Satz nach hinten. Ich hab in meinem Leben, verliere ich, immer bei solchen Turnieren, Bro. Ich schwör's dir. Ich hab noch nie was gewonnen bei einem Online-Turnier. Noch nie ein Turnier. Wer hat eigentlich gewonnen? Miss Rage, ihr Team, mit zwei NA-Pro-Playern, keine Ahnung. Ja, GG nochmal, 2K pro Nase, ging da raus. Auch GG an Team Unge und auch nochmal gutes Game an Team Lost. Wollen wir mal den Stream wieder ausmachen und saufen? Ja, das wird sich nach einem guten Plan sein. Das gibt Plan, oder? Ja. Und die Andrea, die ja Jens Spahn davon überzeugt hat, soll dafür so 30 bis 50 Millionen Euro bekommen. Was? Digga, dafür muss ich ein Jahr arbeiten gehen und dir das ist einfach geschenkt. Ah, ja, okay. 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 Dafür muss ich ein Jahr arbeiten gehen. Alter, was? Simon, ein bisschen unangenehm, dass du ein Jahr für 30 bis 50 Millionen brauchst. Okay. Ich dachte, du bist schon ein bisschen länger im Business, aber gut. Gebt auch Leute, die lassen es langsam angehen. Hugo und Loru, Kuss und Gruß geht raus an euch beide. Danke auch, dass im Valorant einmal, wenn ich Kills mache, der letzte Schuss nicht drin war, wie ich drei geholt habe, aber ist in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.